Versuch Nummer 10 Vor allem ich find's interessant, Bane sagt in der Vorbesprechung, hier ist wenig los Ja, ja Ich will gar nicht wissen, was da los ist, wenn da viel los ist, da stehen die bis vor die Tür Irgendwie ist Sven's Ladebildschirm wieder komisch Okay, Mensch, er ist nicht oben Der ist im Sekretariat Bleibt der da oben auch? Ja Ich hab schon öfters gesehen, dass er drin war und dann wieder rausgegangen ist Okay, das wäre mir noch nicht gewesen Okay Versuch mal ins Office reinzugehen von dem Da kam grad nur eine Wache mir entgegen Okay Jo, bin drin Ist er noch da? Jo Okay Ich hab die Maske auf Ich lege Los geht's Und es ist, ähm, Collins Frammy Collins Collins, Collins Er ist ja nicht Ich guck grad auf den EZM Collins Collins Okay, ich hab Okay, ich hab Ich hab meinen zweiten EZM gelegt Okay, der Schlüssel war uns unten Das wäre schön, wenn wir mit den Geilsten echt ein bisschen mehr Zeit rauszuholen könnten, ne? Ist ein Nick? Jo Oh Hä? Hat nur einer? Wo denn? Ein Pager ist losgegangen Der macht ja nichts, einer ist ja nicht schlimm Ich setz schon Hm Blinkt Komm, mach die Tür auf, ja Ja Sech 4. Might as well get the escape ready. Nice. I'll detonate these when the time comes. Get back to that storage room. I got it open. Do you have it already? Yes. I'm with Christophe. Okay. Are you ready? Yes. And René didn't take Bonnie with me, such a asshole. Yeah, that's clean, René. That's what I'm doing. He's in here. He's in here. He's recorded. Boah, auf normal ist das so schön, ne? Da könnten wir das eigentlich auch mal machen mit dem Achievement sei als erster da. Na klar. Weil da hast du dann echt auch massig Zeit dann, wenn du das mit den ECMs machst, so wie wir jetzt hier. Das ist das so schön. Ah, dieser scheiße Ecke. Jedesmal. Gib Gas, gib Gas. Nein! Oh Christophe. Ja, schwarz hat eine Waffe, also fahr auf. Okay Sven. Steig aus. Jo. Steig. Steig einfach aus, Christophe. Komm, komm, komm. Komm. Ich bin drin. Ich bin drin. Ja! Ja! Ich dachte man muss die Autos reinstellen. Nur eins. Nur eins muss. Boah, scheiß Teile. Scheiß Teile. Scheiß Teile. Scheiß Teile. Da springt es einfach mal so von gar nichts. Selbst auch in Fame Stufe 8. Aber ich muss das ja eigentlich nochmal machen, weil ich die ganzen Werte für meine Tabelle da haben will. Na egal. Mach ich einfach mal, wenn ich Lust dazu hab. Gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch fürs Mitmachen. War ja doch sehr... Naja. Und bis zum nächsten Mal mit Payday 2. Tschüss!